Der Inbegriff für Fahrfreude und Funktionalität in der Mittelklasse und das Premium-Produkt in der Kompaktklasse, der 1er und 3er von BMW. Herzlich Willkommen im Autohaus Geierhofer in Wels. Mein Name ist Andreas Wasermeyer. Wir stellen Ihnen heute den neuen kompakten 1er und den neuen 3er Touring von BMW vor. Zuerst der neue 1er. Die dritte Generation bleibt sportlich, sicher und hochwertig, wurde aber komplett überarbeitet. Er wirkt jetzt noch frischer und jugendlicher. Erstmals nützt der neue BMW 1er die moderne BMW Frontantriebs Architektur. Und schafft somit bei nahezu gleicher Fahrzeuggröße viel mehr Platz im Innenraum als sein Vorgänger. Was bleibt, ist die für BMW typische Freude am Fahren. Der 1er ist natürlich auch mit dem intelligenten Allradsystem X3 verhältlich. Neu ist auch die Gestaltung des Innenraums. Die Bedienelemente wurden jetzt noch übersichtlicher angeordnet. Er steht für die Verbindung aus Fahrdynamik und Sportlichkeit. Der neue 3er von BMW. Mit der Neuauflagge kommt ein großes Plus an Komfort und Agilität dazu. Präzise Linienführung und ausdrucksstarke Flächengestaltung der neuen Designsprache betonen die gestreckte Silhouette. Innen wurde der 3er wieder stärker fahrorientiert. Und das verfeinerte Premium Ambiente zeigt sich bereits in der erweiterten Serienausstattung. Besuchen Sie uns im Autohaus Geierhofer in Wels und testen die neuen Modelle von BMW. Und das verabschieden Sie uns im Autohaus Geierhofer in Wels und testen die neuen Modelle von BMW.